Herzlich Willkommen zurück bei The Crew. Weiter geht's mit der Story-Mission. Oh, guck mal hier, da haben wir direkt. Was muss man hier machen? Springen die Ladezone? Ah, war gar nicht so schlecht. Silber direkt erreicht. Wunderbar. Geht gut los. Geht echt gut los. Kriegen wir was dafür, was wir vielleicht sogar noch gebrauchen können? Das wäre sogar noch besser. Ne, Minus 3. Das Ding schicken wir ins Hauptquartier. Ich habe uns hier eine Wegmarkierung schon mal gesetzt. Die führt direkt zur nächsten Hauptmission. Düsen wir mal da hin. Ich habe direkt die Ausfahrt verpasst. Ganz schön dämlich. Hier geht's weiter. Das ist echt cool gemacht, die ganzen Landstriche hier. Weit außerhalb der Stadt sind wir jetzt eigentlich schon. Und wir nähern uns langsam der Schneegrenze, nenne ich es mal. Oben im Norden, im mittleren Norden, sage ich jetzt mal, ist eine Schneegegend. So, gucken wir uns mal dieses Videoansuche. PvP-Spiel 3.5.4. Achso, das hatte ich vorhin mal aus Spahn angemeldet. So, da haben wir auch dieses Teil hier mal angeguckt. Ah, gut zu wissen, dass das nebenbei weiterläuft. Nö, nö. Mach da ruhig mal weiter. Gucken wir mal, was da passiert, wenn es 4.5.4 gefunden hat. Ob da ein richtiges Rennen kommt oder irgendwas anderes. Ich habe diesmal leider überhaupt kein Ohr mit dabei und kann auch absolut nicht einschätzen, wie lange das jetzt hier alles so läuft. Und da mache ich jetzt einfach nach Gefühl diese Folge. Was wahrscheinlich dadurch ein bisschen länger ist, aber auch nicht schlimm, denke ich. Wir gehen jetzt einfach mal in die... Ah, oh. Jetzt habe ich hier an den Koop gedrückt. Eigentlich wollte ich ins Einzel. Das dauert ja meistens relativ lang. Und dann findet da leider nichts. Schauen wir uns noch mal kurz hier um. Geht nicht. So lange, wie wir hier warten. Ich kann gerade die Kamera leider nicht... Ah, hier oben guckt mein Flugzeug. Das sprüht gerade rum. Ah, ich komme schon zurück. Schnellkorb abgebrochen. Genau, niemand hat die Einladung akzeptiert. Ist okay. Machen wir es halt nochmal alleine. Wo ist denn das? Hier. Einzel. Getriebe können wir da bekommen. Oh, guck mal, plus 8, wenn wir es auf Gold schaffen. Das ist ja Wahnsinn. 16.000 Punkte, 9.500 Silber. Für Schein hast du immer gleich zu klein mit den Punkten. Renten. 1.000 Bronze, 9.500 Silber und... Ah, Turbos alle. Und 16.000 Gold. Da war ich stehen geblieben. Ah, kurz den Turbo eingezicht. Scheiße, hätte ich vielleicht unsere Geländemodifikation mal wählen sollen. Wir können ja das Rennen einfach ein zweites Mal fahren und wechseln vorher allerdings mal das Auto auf Gelände. Das haben wir doch in der letzten oder vorletzten Folge. Könnten wir dieses noch umtunen, beziehungsweise nochmal einen anderen Fahrzeugtyp draus machen. Also ich bin gerade noch mit dem Straßenfahrzeug von unserem Nissan Z... Pff, schlag mich doch, Z24 ist es, glaube ich. Sind wir noch unterwegs? Oha, ich sehe schon, der da vorne ist sehr, sehr schnell unterwegs. Da sehe ich derzeit leider kein Land. Oh, jetzt kommt nochmal eine Straße. Da können wir vielleicht nochmal ein bisschen aufholen, das dürften aber. Also steht da oben 6 von 11. Achso, 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 6 von 11 Checkpoints. So, ab in den Windschatten. Ich glaube, hier gibt es gar keinen. Zumindest so vor. So, jetzt brennt sich die Sau weg. Ja, geil. Ich bin nicht mal berührt. Hat zumindest nicht vibriert am Pad. Okay, da sind wir gleich durch. Drei Checkpoints noch, der und dann noch zwei. Schauen wir nochmal nach hinten. Oh, da ist eine Front schon ganz schön demoliert. Ist der irgendwo dagegen gefahren? Oh. Der ist ganz knapp hinter uns. Scheiße. Das war dumm. Das war richtig blöde. Oh, nein. Na toll. Jetzt kurz vor Ende vom Rennen sind wir in der PvP-Lobby. Ach, Leute. Das darf doch nicht wahr sein. Jetzt hat es uns in die PvP-Lobby geschmissen. Aber guckt euch mal die Autos an. Und ich fahre mit diesem Kack-Anfangs-Auto. PvP-Rang. Null. Alle null. Punkte. Der eine hat hier 1021 bei PvP-Rang. Geht's los? Auswahlvorgang. Fluss-Ufer-Rennen. Von mir aus. Muss ich was machen oder startet's von alleine? Ach, da oben. 3, 2, 1. Los geht's. Oder? Ah, da kommt noch mehr dazu. Jetzt kommen wir in die Fahrzeugauswahl. Und anschließend geht's los. Ich kann nur nichts auswählen. Wahrscheinlich, weil ich nur dieses eine Fahrzeug besitze. Oh, guck mal hier unten. Oha. Oh, 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 oh. Ich glaube, wir haben ganz, ganz schlechte Karten. Jetzt geht die Sache auch schon los. Ich hoffe, uns setzt es nachher daraus, wo wir gerade das Rennen gefahren sind. Siegespieler mit guten PvP-Ergebnissen und du erklimmst schneller die Bestenliste. Ich sehe äußerst schwarz für dieses Rennen. Für uns. Für mich. Immerhin stoppen wir vorne. Vorne rechts Platz 2. Oder ist das Platz 1? Ist auch wurscht. Okay. Auf gleicher Höhe. Da wollte ich mal mit dem Turbo gleich losfahren. Verbindungsproblem? Haben das alle? Das ist ja blöd. Okay, die Anzeige haben wir vielleicht alle erhalten. Das Ding ist, ist natürlich nicht verkehrt, wenn man direkt vorne startet. Das Ding ist nur, bei der nächsten scharfen Kurve ballern die meisten direkt in einen rein. Da holt uns einer. Da holt uns einer. Bieters 82,89. Jetzt zünde ich mal ein bisschen meinen Turbo. Die sitzen aus. Oha! Der küsst uns von hinten. So ein Ferkel. Oh, der leckt hier ganz schön rum der Gegner. Gute Vita, seht ihr das? Wie er so ruckelt. Das liegt an der Internetverbindung. Entweder... Nein, meiner vielleicht nicht. Aber entweder an seiner oder am Server. Wie viele Checkpoints sind denn das? 15? Ja, bisher ist das ja recht ruhig hier, das Rennen. Ähm, wenn es hier weiter geht, gleich noch zu fliegen. Die anderen sind schon eine ganze Ecke weiter weg. Grus Vita's. Und ich fahre hier vorne. Oh, der hat gerade ganz schön die Bande mitgenommen. Oh, fuck! Verpiss dich. Scheiße. Fuck da. Na dann. 1998. Na, warte. Ich habe doch gelacht, wenn ich dich nicht kriege. Denken sich die anderen wahrscheinlich auch mit meiner Popel-Anfangskarre hier, die ich immer noch dabei habe. Oh, guck mal, die sind Stufe 755 mit dem Auto. Zwar 27 der vor uns. Boah. Haben die aber echt schon lange gespielt. Bin ja der Schlechteste mit dem Auto. Naja, dafür sieht es noch gar nicht so schlecht aus, was her. Der ja vorne geht übelst ab, oder? Was hat denn der? 227? Krass. Der ist gut unterwegs, würde ich mal denken. Vielleicht hat ein Fehler begangen. Der ist jetzt auf einmal so nah wieder. Nein, 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 nein. Glück gehabt. Hinter uns ist direkt einer. Da. A, M, nee, F, M, 2015. Wie viele haben wir denn noch? 12 von 15 haben wir abgefahren. Scheiße. Ah, das wäre echt Glück, wenn wir das halten, den zweiten Platz. Na komm schon. Ist das hier vorne schon das Ziel, oder? Gib Gas! Yeah! Yeah! Huhuhu! Hat das jetzt gestimmt mit dem ersten Platz, oder war das ein Serverfehler? Sind wir tatsächlich als erster durchgekommen? Ey, das wäre ja genial, wenn wir das auf den letzten Metern, vielleicht noch 50 Meter zum Ziel, als wir den Natsan, ja, Natsan 98, äh, 1998 noch überholt haben. Die Eins hinter meinem Namen ist, ähm, ist normal. Hat jetzt nichts mit der Platzierung zu tun. Ähm, schön wär's. Als er dann im Ziel war, sind nämlich alle auf einmal so reingekracht und da wusste ich jetzt nicht, hat es mir jetzt das Richtige angezeigt, oder? Tatsächlich sind wir als erster geworden, haha, im schlechtesten Auto im Feld. Ah, haha, wow! 1.300 EP bekommen, Ansehen, 74 AP, das sind wahrscheinlich Ansehenspunkte, und 6.000 Dollar! Wow! Hier gibt es aber mal richtig viel Knete bei dem PvP-Rennen. Das ist ja super, das ist ja echt super. Natürlich nur, wenn man die gewinnt. Ich denke mal, aber, ja, weiß ich nicht, wie es auf den anderen Plätzen aussieht, aber ich denke, wir werden noch ein paar mehr Rennen fahren. Nach zuvor schon, das ist gescheitert, unser PvP-Rennen, als hier dieses Verbindungsproblem kam, aber dann hat es nochmal von 500 gezählt. Da hat sich wahrscheinlich der Server nochmal synchronisiert mit allen Spielern. Und, ähm, nee, danke, ist okay, wir verlassen das erstmal. Lief zwar gut, aber, ja, ich möchte es tatsächlich verlassen. Äh, denn, jetzt kann ich raus. Ähm, ach, okay, es hat uns hier rausgelassen, da wo die PvP-Lobby ist. Und nicht wundern, mich schmeißt es hier immer an den Rand nach rechts, weil da die Maus liegt, und da bewegt sich der Curse umso komisch. Jedenfalls wollten wir doch das Rennen hier unten eigentlich mitmachen. Da machen wir jetzt mal eine Blitzreise hin, da waren wir ja gerade schon. Und vorher, halt, halt, das war wieder verkehrt. Vorher wechsle ich nochmal das Auto. Ähm, war das meine mobile Garage? Genau, und zwar auf diesem Gelände-Typ. Der hat nämlich mal 158 Punkte. Hat auch 392 PS. Ist auch ein bisschen, ja, ist ein bisschen schwerer. 13 Kilogramm. So, jetzt fahren wir das Rennen nochmal mit. Einzel. Gewinne das Rennen. Ah ja, genau, hier gab es ja plus 8 bei 16.000 Punkten. Das ist schade, dass man während des Rennens nicht seine Punkte einsehen kann. Kann man eigentlich das Nummernschild wechseln? Dass da was Bestimmtes draufsteht. Sorry. Aber es ist mal heiß. Entschuldigt. Ah, da geht's. Ich habe nämlich vorne eine Checkpoint, wo ich mir gedacht, ey, hier heiße ich einfach übers Feld. Hier zum Beispiel. Probieren wir es mal. Hier haben wir die Offroad-Kiste. Ausgewählt. Ja, das war doch mal sensationell, oder? Jetzt sind wir direkt auf den ersten vorgeprescht. Das Problem ist nur, der wird uns höchstwahrscheinlich auch gleich wieder einholen. Rutscht echt ganz schön hin und her auf dem Schotterweg. Auf dem Dreckweg. So, hier hat es mich vorne ganz schön entschärft, glaube ich. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Und der ist ganz, ganz knapp hinter uns. Der ist jetzt, ist er schon neben uns? Nee. Nicht ganz. So, komm, gib Gast, Junge. Scheiße. Oh, fuck. Das war nicht gut. Wieso ist denn der so schnell? Mit seinem Auto, wenn der bloß 68 Punkte hat? Hat das eigentlich überhaupt was zu sagen? Ich denke mal, da wird das Auto nur minimal besser, oder? Das ist vielleicht wie bei Mario Kart, wenn man diese Münzen sammelt. Das ist ja auch, wenn man dann 10 Münzen gesammelt hat in einem Rennen, ist man auch nochmal ein Tick schneller als normal. So, hier hat es uns vorhin, glaube ich, rausgehauen. Wie sieht es denn aus? Wo ist denn der? Da ganz hinten. Oh. Ich habe ihn mit dem Fahrfehler begangen. Lee. Lee müsste das sein, das war dann ja. So, da sind wir am Ziel. Hat es für Gold gereicht? Ich vermute fast nicht. Aber Silber müsste doch mindestens drin sein, oder? So scheiße bin ich doch gar nicht gefahren. Mission erfüllt. Stufe 12. Silber, ja. Gibt es ein neues Getriebe, Stufe 9. Gib mal her das Teil. Plus 6 müssten das sein. Jawoll. Statten wir uns mal aus. Hä, bin ich jetzt nicht mit dem Gelände-Typ gefahren? Ah, tatsächlich. Oh, 9500 Punkte. Das ist gerade so silber gewesen. Naja, nur gut. So, die Story kann mich immer noch. Weil, am allerwertesten, gibt es eigentlich eine Handbremse in dem Spiel. Was haben wir denn noch? Hier oben blinken noch 4. Erbitterter 2 kann. Oma. Oma. Ja, das meine ich von dieser Schneeregion im Norden. Eine normale Testfahrt. Xfinity-Tempo-Herausforderung. Hm. Ja, ich guck mal. Was haben wir denn hier noch? Das ist nochmal so eine PvP-Lobby. New York. Gibt es überall PvP-Lobbys? Seht ihr das? An der ganzen Ostküste haben wir die, glaube ich, jetzt schon freigeschaltet. Niagara-Fälle sind hier oben. Können wir vielleicht auch mal hinschauen irgendwann. Was ist denn das hier für ein White-Mountain-Schleife? Oh, 3000 Bucks. Dauer unter 10 Minuten. Ansehen 44 ist das Fahrzeugstufe 170. Ach ja, das ist dieses Eagle-Zeichen, oder? Was ich ausgewählt habe? In welchem Clan, oder wie das heißt, ich dabei sein möchte? Kann sein. Gibt es hier noch irgend sowas? Hier oben ist auch noch sowas. Ne, nicht der Tempotest. Das hier wollte ich. Landflucht. Wow, 11.500 Bucks. Ey, wollen wir das mal machen? Passt mal auf. Das machen wir mal. Ich fahre da mal hin. Habe ich jetzt zum Wegpunkt gesetzt. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann machen wir mal diese Mission, die so unwahrscheinlich viel Geld bringt. Was haben wir denn hier? 30.000? Über eine Stunde? Nö. Aber das hier oben können wir mal machen. 10 bis 60 Minuten. Bin ich mal gespannt. Ich fahre da jetzt mal hin. Und wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao. Ciao.